So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. Hier ist der Nils und wir bauen hier die Promenade um. Ich habe jetzt hier bloß diese Bank hier rübergestellt, habe hier ein paar Blumen her. Dann habe ich hier noch ein paar Kisten hergestellt, dass das einfach ein bisschen wie ein Markt ausschaut, wo man natürlich auch seine Sachen in Kisten verstaut hat. Und dann habe ich hier noch, wenn wir hier rüber gehen, Hainala, habe ich hier nochmal einen Ofen, einen Herd hergestellt. Und dann, da habe ich noch einen Ofen hergestellt. Damit wir das schon mal da haben. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir als erstes mal hier ein bisschen was anpflanzen, dass das hier ein bisschen Leben reinkommt. Und ich glaube, ich habe dann Fehler gemacht, ne? Ah ja, ne, passt. Woollee! So, jetzt schauen wir mal hier ein bisschen. Ja, okay. Jetzt muss ich mal gucken. Was pflanzt man ein? Ja, es ist eigentlich möglichst bunt. Überall ein bisschen was, dass es ein bisschen nach was ausschaut. Baumwolle. Ja, 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 ja. Wir gucken mal, wie wir das machen. Samen wählen. Dann nehmen wir erst mal die drei hier. Ihr schönes Kflanzen hier gut gemacht. Da müssen wir das hier einsehen. Und dann, ja, es wird schwierig. Das müsste ich dann, soll ich das mit der Hand machen? Machen wir ein paar hier von der Baumwolle, dass das ein bisschen nach was ausschaut. Wir können ja, das wird ja nicht mehr abgeerntet hier. Da würde ich dann vielleicht was anders her machen. Das bleibt dann sozusagen immer bestehen. Wir können ja hier immer so eine Reihe machen, dass das ein bisschen ordentlich ausschaut. Oder wir machen es so rüber. Na, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte es hierher haben. Ist auch wirklich doof, dass man nicht auswählen kann, wo man was einpflanzen will. Ja, das kann ich jetzt nicht mehr wegmachen hier. Ich wollte das nämlich eigentlich jetzt so umrum haben. Aber es ist ja egal. Jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Dann ist es auch wurscht. Wenn man hier nichts planen kann. Dann kann ich auch irgendwas hermachen. Das ist halt ein Durcheinander. Ich wollte es eigentlich schön machen, aber gut. Das ist halt Durcheinander. So sehr schön. Wie geht es dir? Der steht... Ja, ja, ich weiß nicht. Die Kiste, da steht ein bisschen doof. Da muss man mal überlegen, dass man das dann doch irgendwie anders machen. Da wollte ich noch ein paar Sachen herstellen. Ja. Hi! Hehehe. So, wir mal schauen hier. Gehen wir mal hier her. Ach, das wird hier nicht... Ja, ja, das muss ich jetzt selber gießen. Okay, alles klar. So, da war. Donald. Schöne den Gipfel. Ach Gott. Hi Simba. Wie geht es dir? Herzlich willkommen. Simba wieder aus dem Weg. Dankeschön. Wir haben hier noch genügend Samen. Können wir... Haben wir noch genügend Samen? Ja, dann machen wir hier noch ein paar... Machen wir das hier her. Das schaut immer ganz gut aus, finde ich. Kann ja auch hier noch was anders her machen. Machen wir halt noch ein paar Kürbisse her. Und da machen wir noch ein paar... Soll ich das wieder wegmachen hier? Anscheinend treffen die sich ja hier wahnsinnig gern. So, ich weiß zwar nicht, warum das hier... So, gut so. Ja, ist ja schön. Warum treffen die sich jetzt alle hier? Okay, das scheinen Ihnen ja hier sehr zu gefallen. Das ist ja schon mal wunderbar. So, das Hammer. Ich muss mal überlegen, wie wir das machen hier. Ist da überhaupt irgendwas? Ehe, hee, hee, eins. Ach Gott. Da hätten wir noch einen zweiten. Können wir noch irgendwas herpflanzen? Hätten wir noch Platz für irgendwas? Ja, das ist immer schwierig. Wir müssen noch ein paar Pflanzen hermachen. Ist das noch ein bisschen... Ähm, ja, weiß ich nicht. Wollen wir noch irgendwas hermachen? Haben wir denn noch Platz? Da haben wir drei. So, das ist aber schön. Ah, da ist da oben, ist da ein Baum gewachsen. Das ist ja toll. Wow. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Wie machen wir das? Das gefällt mir ja schon ganz gut hier. Mal überlegen. Da ist recht kahl. Da müssen wir was anbauen. Das ist so ein bisschen... Ach, voll hier hinten. Ich würde das gerne nach vorne ziehen. Ich würde das gerne nach vorne ziehen. Das wird das vielleicht ein bisschen so herdut. Ja, das gefällt mir gut. Das kann man ruhig hier herstellen. Das kann man ein bisschen so in die Ecke stellen hier. So. Ja. Da kann man sich hier setzen. Da müssen wir noch später was hermachen. Wo tun wir denn den Brunnen hin? Das ist so schwierig mit dem Brunnen jetzt. Eigentlich hätte man ihn hier herstellen können. Ja. Das machen wir noch gucken. Ach, hier habe ich noch ein bisschen was her. Das schaut ganz gut aus, wenn man das so vorbeiläuft. Da kannst du sowieso nichts groß hinstellen. Okay, cool. Sehr schön. Gefällt mir. Es fehlt noch so ein bisschen das Leben. Ja, 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 ja. Das stimmt. Ein bisschen so das Leben noch hier. Speichern wir das hier mal ab. So, schauen wir mal. Das gefällt mir nicht hier. Also, ich soll das umgraben und da was herpflanzen. Ich meine, das könnte halt so, ne? Ja, ja. Schauen wir mal. Ich würde hier gerne einfach was herpflanzen. Weil das hier so drostlos ausschaut. Man kann ja was herpflanzen. Das ist ja nichts Schlimmes. Schauen wir mal, wie weit wir hier vorkönnen. Ich meine, das ist auch okay hier, wenn das so ausschaut. Mir geht nicht. Ein paar Blume herpflanzen oder so, ne? Ja, na ja, warum denn nicht? Machst du halt hier so zwei Stück her. Dass man da Geld kriegt, wenn man umgräbt. Das ist ja eigentlich eine komische Idee, oder? Hier, ein Goldstück. Entschuldigung, Wally. So, da könnte man jetzt irgendwas herpflanzen. Man hört Micky schon am Wählen von seiner Hand. Ach, da kann man nicht drüber. Da kann man, ah, das ist ja doof. Da bleibt man hängen, ne? Ah, das ist ja doof, dass man da nicht drüber laufen kann. Ja, bleibst du hängen, ne? Ja, ja, ist doof. Das ist doof. So, dann müssen wir mal gucken, wo ist denn hier eine Kiste? Eine Kiste haben wir hier hingestellt. Können wir da irgendwas her? Wir haben halt nix. Warte mal, da vorne gab es doch einen Verkaufsstand. Komm, Lucky. Gab es da vorne einen Verkaufsstand? Na, natürlich. Da gehen wir doch gleich mal zu. Was haben wir denn hier Schönes drin? Da ist auch noch eine Rose drin. Muss man mal alles, ne? Lass liegen. Was kann man denn hier... Oh, Tomaten. Das ist doch toll. Komm, da kaufen wir mal ein paar Tomaten hier. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. 30 Stück? Ananas. Da habe ich auch noch was hergestellt, weil da kann man ja direkt drüber schauen. Das finde ich sehr, sehr schön gemacht. Das ist nur mal gucken, dass wir da was hermachen. Ja, mach mal. Mach mal die Tomaten. Tomaten denke ich mal schon richtig cool aus. Ich bin... Mach mal ein bisschen Tomaten. Das gefällt mir. Wir machen mal nur Tomaten her. Lucky. Wully. So ein schönes Spiel. Die Musik ist so unvorstellbar schön. Das ist mir bei keinem anderen Spiel so aufgefallen. Ja, das passt doch wunderbar. Bin ich gerade am überlegen, ob wir das nicht einfach spiegeln hier. Ne, da musst du nicht immer alles spiegeln. Du kannst ja zum Beispiel auch... Du kannst ja zum Beispiel auch... Da geht es runter. Okay, das habe ich gar nicht gesehen, dass da ein Weg ist. Da, 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 da. Was liegt denn dort drin? Das Stein. So, jetzt können wir hier nochmal was hermachen. Möglichst viel Grün. Wully, komm mal hierher. Komm mal hierher. Oh, Dankeschön. Lucky. Der ist nach meiner kleinen Schnecke benannt. Lucky Es. Die ist so qualvoll gestorben ist. Mein Gott, was habe ich da geweint. Naja. So. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Weiter geht's nicht. Dann pflanzen wir da noch ein bisschen was her. So. Irgendwas farbenprächtiges würde ich da gerne mal hermachen. Entschuldigung, Lucky. Wollte ich nicht. So. Ach, Ananas hätten wir da noch. Ich hätte aber hier gern was anders her gemacht. Kein Mirabell. Von der hat man schon lange nichts mehr Neues gekriegt, na? Mal einfach zehn neue, ähm, Quests von Mirabell. Doch, nee. Stimmt ja gar nicht. Ich nehme alles zurück. Alles zurück. Wir haben ja sogar einen Auftrag von Mirabell hier. Hehehe. Brief von Antonio. So. So. Lassen wir das hier mal ein bisschen. Gut. Gießen. Cristina. O. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das kann man sich ja alles gar nicht vorstellen. Was kann man denn mit Bernstein machen? Kann man hier noch was herpflanzen? Tatsächlich? Okay, cool. Was kann man denn mit Bernstein machen? Haben wir noch irgendwas? Ich hätte gerne die blaue noch gehabt. Hier haben wir sie doch. Cool. Ich lasse mir die Nacht noch rüber hier. Sehr schön. Wonderful. That's nice. Das ist fast ein bisschen... Kommt man nicht vorbei, ne? Ja, muss man ein bisschen rüber schieben. Laufwege sind halt immer für mich total wichtig. Das ist ja auch normal, dass man hier gut laufen kann. Sehr schön. Gießen wir. Wundervoll. Wundervoll. Das gefällt mir. Ich mach mal da noch ein bisschen was. Geht da noch eins rein? Eins noch? Nein. Da würde ich jetzt einfach nur ähm, Getreide her machen. Man könnte ja jetzt sagen, wildes Getreide. Das gibt's ja, wildes Getreide. So. Dann ist es hier nicht so kahl. Ich hab immer so das Gefühl, das ist immer so kahl hier alles. Kann man hier noch, ähm... So herstellen. Oh, Mirabelle. Wow. Ja, das schaut doch schon richtig cool aus, ne? Ja, das gefällt mir. Ja, ist egal. Man kann nicht ja durchlaufen. Das ist ja hier spieltechnisch alles cool gemacht. Das heißt, das hier, da kann man leider nicht drüber laufen. Da muss man das auch irgendwie in die Ecke stellen. Sonst bleibt man da immer hängen, wenn man läuft. Was kriegt man denn hier eigentlich raus? Schauen. Mal schauen. Aha, das ist eine ergiebige Quelle von... Was ist denn das? Kupfer und Zinn? Genau das Zink. Zink. Gab's da hinten nicht auch irgendwie... Warte mal. Da müssen wir noch mal ein bisschen gießen. Gießen. Und genießen. Hi Simba, wie geht's dir? Ja.